Jo, hier ist Mr. Mike, heute mit einem richtig einfachen Trick für euch für Anfänger, der ist ziemlich easy. Dazu nimmt man den Ball in die rechte Hand und schwingt ihn dann um den ganzen Körper herum, hinter dem Rücken, dass man hier wieder fängt. Wichtig dabei ist halt den gleichen Touch dazu, dass man hinten den gleichen Punkt mit dem wichtigen Winkel auf dem Boden trifft, dann kommt er hier eigentlich immer schön an derselben Stelle raus und man kann ihn schön im Karussell-Modus rumspielen. So sieht er von hinten aus und es geht auch schön in Dribbeln. Wer es ein bisschen schwieriger machen will und ein bisschen variieren will, kann zum Beispiel mit einem Ellenbogen einen kleinen Kick geben, dass er so zurückbounst. So ein bisschen zum Spielen. Oder zum Beispiel man kann auch unfaken, dass man einen Pass geben will. Wenn man mit mehr Schwung nach vorne gibt, also wirklich auch in die Richtung gucken und den Pass unfaken. Klappt auch immer recht gut. Habe ich oft ausprobiert. Gutes Ding. Ich sage danke für's Zugucken. Lasst mir bitte ein Abo da für weitere Videos und meine alten Tutorials. Alles, was am Start ist. Danke fürs Zugucken. Euer Mr. Aik. Peace. Ecksbook. Musik Ecksks Ecks 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 Kel Ecks 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 Bis zum nächsten Mal.